Nichts an Berlin ist berühmter als dieses Tor. Symbol der Teilung, Symbol der Vereinigung und ein schöner Ort zum Feiern. Braune Horden marschierten durch, rote Kampfgruppen regelten es ab. Vorbei und vergangen. Seitdem es wieder offen ist, kann man in Freiheit und Fitness hindurchlaufen. Falls es nicht, pardon, gerade mal wieder zu ist, dicht gemacht. Für die Großen dieser Welt, das haben wir nun davon. Da muss man wohl mitleben, weil wir jetzt die Hauptstadt sind. In Berlin sein heißt am Tor sein. Brandenburger Tor durchschreiten wurde in ein absolutes Muss. Mai 91, die Mauer war weg, der ungarische Staatspräsident machte den Anfang. Ein Jahr später, die Queen war da, ihr vierter Anlauf in Berlin. Exakt um 10.37 Uhr war es soweit.